hallo mitten rein in die schlacht ich habe womöglich gerade den besten try gegen diese idioten hier er hat noch ein paar runden diesen effekt drauf ich hoffe jetzt einfach mal die schwäche aufdecken brauchen wir nicht und den feurigen schlag hat um der 65 prozent immerhin der hat ein bisschen schaden bekommen bin immer auch dabei hier den irgendwie zu versuchen die beiden kerle zu erledigen weil momentan sieht es ganz gut aus sagte er und starb der ist ausgeglichen sehr gut wird es ein bisschen gedauert bis ich dazu gekommen nachher für eine chance zu treffen und die walsarflug möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht mal ich könnte müsste eigentlich ihn mal bar von hier vielleicht reicht das scheiße wurde nicht geheilt das geschützt hat er auch schon ein paar mal getroffen universalfluch mal jetzt einfach hoffen dass das was wird schockwelle waffenverbesserung immer noch 56 prozent ist jetzt schwierig dann machen wir die schockwelle versuche ich mal den feurigen schlag eigentlich so verschwindet aber gut sonst kann ich ja sowieso nix machen die ausweichschance von denen es hat wirklich so übelst krass ouch oh man katharis alle reinigen jetzt sind die erstmal wieder dran ausgewichen außer chance von denen ist halt wirklich echt bitter aber es aus irgendeinem grund hat ja weniger als der andere die bock hatten bestimmte jetzt habe ich mal getroffen sehr gut oh das ist nicht gut unser heiler ist tot damit hat sich die sache glaube ich wieder erledigt schade sah so gut aus und jetzt habe ich die ganz bestimmte karte nicht bekommen um die ausweichschance bei denen zu reduzieren ja die sind echt schwierig zu besiegen weil die so eine unglaublich hohe ausweichschance haben 56 prozent das ist so übel und damit sollte es das glaube ich auch in dieser folge wieder gewesen sein ne ausgewischen egal welche fähigkeit ich mache ich krieg gerade einfach nicht die karte die ich brauche um die zu besiegen ja ich glaube das können wir wieder vergessen ist so bitter ich brauche halt wirklich eine bestimmte karte damit ich damit ich da halt vorbeikomme weil wenn wir da nicht vorbeikommen haben wir die arschkader ich habe es inzwischen aufgegeben mich da irgendwie zu manövrieren und zu warten weil die sehen mich so oder so immer wieder nicht die karte das ist wirklich nicht gut boah ok war gut schaden gemacht gegen die und gleich meinen kampfschrei mache alle kampfschrei hektischer eingriff kein ausweich mehr möglich das heißt wir müssen jetzt definitiv in der runde irgendwas machen und schon hat sich die sache wieder erledigt 74 prozent aber dem könnte es noch was werden ach nicht genug schaden hat jetzt auch wieder so viel ausweichen 150 prozent schadensreduzierung die idee sind echt immer relativ einfach zu besiegen aber mir fehlt jetzt wieder diese eine schuss das hat leider das problem ich brauche diesen einen ganz bestimmten schuss diese eine ganz bestimmte fähigkeit damit ich das ausweichen aufhebe bei ihm und dann habe ich drei runden zeit aber ich krieg das halt einfach nicht ich hätte heilen sollen das ist auch schlecht von mir ne ich krieg einfach diese karte nicht ja damit war es das wieder war diese eine ganz bestimmte karte dass ich die die ziele markieren kann und dann wird die ausweich chance um 30 prozent verringert nur mit dieser karte kann ich es schaffen da durch zu gehen ich habe die immer wieder am sack die deppen so scheiße egal was ich mache beim boosten und hoffen dass ich das kriege waffen verstärkungen nein kriege ich wieder nicht die fähigkeit das ist meine einzige chance um hier noch irgendwie lebendig rauszukommen die sind so krass stark hätte ich das vorher gewusst dass da so ein plot stopper gibt das ist wirklich ätzend weil es ist ein plot stopper mit dem komme ich nicht weiter das ist einfach ein plot stopper in der geschichte was wirklich ärgerlich ist das macht den gar nichts ich krieg einfach hier schwäche auf decken das ist das ist es nicht das ist ebenso wirklich das ist 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 ziel markieren das ist es lange geht das drei runden so in den runden muss ich es schaffen einen von denen zu erledigen ok los geht's flex booster toll ist wieder einer tot jetzt habe ich mal einen erwischt aber der lebt noch ich muss die hat erledigt ist das eine die eine möglichkeit ich habe gehabt nicht so viel glück gehabt jetzt echt nichts weil der eine ist zwar jetzt tot aber dafür sind meine leute auch alle tot also haben wir die karte gerade gesehen ich weiß gar nicht wie viel ich da habe von den karten da kann ich mal rein gucken puh ärgerlicher plot stopper wir können mal kurz im inventar gucken bei ihm sie markieren habe ich zweimal drinnen ist das eigentlich ja das oh man das hätte ich auf jeden fall mal leveln sollen oh das ist natürlich bitter hätte ich mal leveln sollen ich gehe mal eine runter ich gehe mal zwei runter scheiße ich hätte glaube ich runter laufen können fliege ich wieder nicht das hätte leider nur eine runde kein ausweich mehr möglich und der da müsste jetzt eigentlich mit einem schlag erledigen aber bedeutlicherweise haben wir dafür nicht genug fähigkeiten und schon hat das wieder aber er hat es noch drauf komm mal durch den schild nicht ja gut damit ist die sache auch wieder erledigt also sowas hat sich ja in spielen wenn die spiele mir so einen plot stopper zwischen die beine werfen das ist einfach ein plot stopper du kannst da nicht weiter kommen höchstens oh shit selbst aufladen wir haben die fähigkeit wieder nicht ich booste mich mal wieder nicht es ist nur diese 30 prozent oder 55 prozent ausweichen das ist so krass stark und op kurz die schild gleich mal weg keine chance triffst du das mit keiner waffe so übel 65 prozent ausweichen ist so krass es hat wieder erledigt sache ja was soll ich dazu sagen wenn ich das jetzt in der nächsten folge nicht schaffe ich werde das noch mal privat ein bisschen rumprobieren aber das ist halt einfach nur noch glücksspiel ich brauche halt diese karte und wenn ich die habe muss ich in drei runden einen von den typen mindestens erledigen bis ich die andere karte habe ich bin vorbeigekommen oder auch nicht ich habe sie wieder nicht bekommen das ist so krass ey das blitzfieber habe ich jetzt und das kann ja gut sein jetzt zum ersten mal seit langem mal wieder das blitzfieber das könnte jetzt was werden strahlungs schuss 174 prozent ausweichen ist das übel vielleicht reicht das geht er ist tot sehr gut ja genau doppelschlag teilungsprozess muss ich leider auf sie machen ziel markieren wenn er mich nicht vorher umbringt ja und so passiert es natürlich ahhh ist das eine scheiße ich habe nichts um debuffs zu entfernen ich habe nichts zu wenig um die ausweich chance zu verringern das ist so krass schwer ist der wahnsinn ich habe keine chance weil ich mich oben in die ecke manövriert habe komme ich nicht mehr raus oh man ey vor allem die können halt jedes mal abkürzen ne die kommt immer vorbei ich kriege wieder nicht ziel markieren ich kann eigentlich schon wieder aufhören das ist nur rein zur zeitverschwendung ich brauche ziel markieren direkt am anfang aber es ist so selten dass man das kriegt ok kann man wieder aufhören ok kann man wieder aufhören ja vielleicht habe ich Glück nein läuft natürlich genau da lang ach es ist bitter ey jetzt haben wir mal ziel markieren gut auf gehts vier runden hält das glaube ich an ja genau ok damit sie sich das auch wieder erledigt da hauen sie einfach mal direkt den stärksten von meiner truppe weg du kannst es einfach vergessen du kannst es einfach vergessen ist nicht möglich die sind halt so unberechenbar du siehst eigentlich nicht wo die lang laufen aber du kannst selber halt nicht diesen diagonalen schritt machen das geht nicht oder kann ich das auch ich kann auch diagonal ok das ist natürlich praktisch kann ich den sack ja vielleicht doch entgehen aber selbst wenn er hat ja in der nächsten runde oder ich kann wie an ihm vorbei mir danach ist er bei mir also kann ich eigentlich machen was ich will Kann ich wieder vergessen Jetzt habe ich die Falle natürlich ausgelöst Das ist immer hinten in der Ecke Na gut, ich versuche es mal noch ein paar Mal Ich habe gedacht, dass ich die beiden Da bald habe, aber Falsch gedacht Gut, dann danke fürs Zusehen Und wenn es nicht geht, dann werde ich Da habe ich hier das Spiel beenden müssen, weil Das ist halt einfach ein Platz Aber da komme ich nicht mehr weg Das ist dann vorbei Gut, dann bis zum nächsten Mal Tschö